hallo ich bin's hier und das ist wir heute werden wir euch zeigen wie er aus ein Stück Schraube, ein Radiergummi, eine Kartoffel, ein Feuerzeug, eine kleine Schüssel und eine Schnur, eine Kerze macht. Als erstes nehmt ihr die Kartoffel und den Seil. Ihr wickelt es sechs mal umeinander. Eins, dannach nehmt ihr den Radiergummi. Wir testen. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time for love, a time for hate, a time for peace. Peace. Peace.